Hallo und willkommen hier bei Hutudi. Ich bin der Bernd und auch wenn manche sagen, es stimmt nicht, ich finde Pages cool und geil. Darf man ja heute sagen, das Wort, das ist ja, ja, ist okay das Wort. Geil darf man ruhig sagen. Ist salonfähig. So, wollte ich sagen. Was ich euch heute zeigen möchte, ist einfach mal, wie man einen Serienbrief mit Pages erstellen kann und wie wirklich total einfach das geht. Also, ich weiß auch nicht, warum man das gar nicht zeigen, weil es einfach logisch ist und weil es einfach funktioniert. Aber wir gehen es trotzdem mal durch. Dafür sind wir ja da. Das weiß ja nicht jeder alles. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Pages, was ein Teil von iWork ist. Pages ist praktisch ein Äquivalent zu Word für Windows oder auch zu Word für Mac OS X. Gibt es aber mittlerweile auch dafür in der neuen Version. Ja, das gucken wir uns jetzt einfach mal an, oder? Okay, erstmal, ich brauche natürlich Adressen. Ich brauche Adressen für einen Serienbrief. Macht ja auch Sinn, oder? Meine Adressen öffne ich mit dem Adressbuch. Ich habe mir hier schon mal eine Gruppe Serienbriefe angelegt, links. Muss so aber nicht heißen. Kann so heißen, muss so nicht heißen. Könnt ihr das ja mal aussuchen. Ich nenne es einfach mal Serienbriefe oder Hotodi Rundschreiben. Ja, klingt cooler. Okay, Hotodi Rundschreiben. Was brauche ich als nächstes? Ich brauche natürlich meine Adressen. Das heißt, ich könnte von meinen anderen Adressen einfach per Track & Drop ein und da reinziehen und verknüpfen. Wenn die dann alle hier drinstehen, die Adressen. Ich habe jetzt mal ein paar angelegt, per Hand. Ich habe jetzt vier Adressen drin. Den Bernd, den Bernd, den Hanno und den Silvio. Die vier sollten einen Brief von mir kriegen. Können aber auch 200 Leute sein. So, natürlich brauchen wir auch noch unser Word-Programm. Also unser Textverarbeitungsprogramm, in dem Fall Pages. Machen wir ein neues Dokument. Ein Brief zum Beispiel. Ja, Schreibmaschine. Ganz nett. Klicken wir an. Das ist unser Brief. Das ist unsere Schreibmaschine. Und hier wollen wir jetzt den Serienbrief erstellen. Was müssen wir dafür tun? Wir öffnen wieder unser Adressbuch. Ich schiebe das mal alles ein bisschen rüber. So, öffnen wieder unser Adressbuch und haben jetzt diese Kartei Hotodi rundschreiben. Und diese Kartei nehme ich jetzt einfach, ziehe die hier per Track & Drop rein. Ihr seht, das wird jetzt grau an dieser Stelle. Klicke ich also an. Jetzt fragt ihr mich, was möchte ich machen? Ich möchte ein neues Dokument erzeugen. Ja. Oder ich möchte es direkt an den Drucker schicken. Nein, ich will es erst mal erzeugen. Und fehlende Daten durch nächstmögliche Treffer ersetzen. Zum Beispiel Privatanschrift durch Büroanschrift etc. Und jetzt klicke ich noch auf Serienbrief. Jetzt seht ihr da. Meine Adresse ist hier drin. Hier oben. Das ist meine erste Adresse. Bernd Kurz. Hat funktioniert. Scroll weiter runter. Der Bernd Wohleben. Hi Bernd. Hat auch funktioniert. Den Hanno. Habe ich auch hier drin. Und natürlich den Silvio. Ich habe also alle vier Briefe mit der Anrede. Hallo Bernd. Hallo Hanno. Hallo Silvio. Ihr habt es gesehen. Einfach per Track & Drop hier reinziehen. Es spielt gar keine Rolle, wie viele Briefe das sind. Ich bekomme die alle komplett zusammengebaut. Geht ganz einfach. Einfach per Track & Drop Adressbuch Gruppe anlegen. Adressen reinschieben. Diese Gruppe in meinen Brief aufs Adressfeld ziehen. Rest macht Pages automatisch. Ist eine richtig coole Sache. Finde ich mal so. Ja. Hat es in sich. Das war es auch schon. Das war ein recht kurzes Video Tutorial, wie das funktioniert. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, dass ihr den Benefit davon erkennt. Ansonsten. Ja. Das ist Rotoni. Ich bin der Bernd. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.